Hey Leute, ich bin Fred, ich bin 17 Jahre alt und ich habe weder Instagram, Snapchat noch Facebook... Ne, Facebook hab ich schon. Twitter! Ja! Und ich dachte mir, hey, ich leg mir einfach mal einen YouTube-Kanal an. Hab ja sonst nichts besseres zu tun. Nein, Spaß. Und ja, ich möchte sehr viele lustige Comedy-Videos hochladen, aber auch folgt mir oder machst dir selbst Videos. Und ja, ich hoffe, dass euch die Videos gefallen werden. Ihr wollt sicherlich auch noch was über mich wissen. Also ich nähe in meiner Freizeit Tops oder auch Taschen. Ich male auch sehr gerne und telefoniere auch gerne stundenlang mit meiner aller 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 Freundin. Und ja, ich freue mich auf viele lustige Videos, die ich noch drehen werde. Ich habe da auch schon einige coole Sachen in Planung. Und ja, mein erstes Video wird ein Tutorial sein. Es wird ein Comedy-Video sein. Und ich hoffe, es gefällt euch. Tschüss!